Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das ist Lee Weathers vom Kontrollausschuss. Ich brauche ein paar Informationen über Morgan. Morgan war unser dritter Versuch, unser kleiner Durchbruch. Die nächste Stufe der Evolution, erzeugt durch Biotechnik mit synthetischer DNA. Mit einem Monat konnte sie sprechen und laufen. Nach sechs Monaten übertraf sie unsere künsten Erwartungen. Ich würde den Vorfall gerne erörtern, wenn das okay ist. Sie hatte einen Ausraster. Unsere Herzen waren voller Freude, bevor wir sie wieder in diese Kammer sperrten. Bist du traurig, Morgan? Ja. Gefällt es dir hier? Ja. Was gefällt dir hier? Meine Freunde. Behandeln sie dich denn wie eine Freundin? Ich meine, ist es normal, für Freunde sich in Käfige zu sperren? Was würdest du tun, wenn ich empfehlen würde, dich nie mehr hier rauszulassen? Wenn ich empfehlen würde, dich zu eliminieren? Aufhören. Antworte! Was würdest du tun? Morgan! Wo ist Morgan? Abriegelung wird eingeleitet. Was sie nicht begreifen. Zehn. Morgan entwickelt sich noch weiter. Neun. Die Menschen in diesem Gebäude sind in Gefahr. Acht. Es muss eliminiert werden. Sieben. Sechs. Hab keine Angst. Fünf. Vier. Drei. Neun. Zwei. Eins. Ich führe mich langsam wie ich. Wo bin ich? Um 18 Uhr gestern Abend wurden sie hingerichtet und für tot erklärt.